ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem kanal hier beim alex gaming ja es geht weiter mit farmers live lieber günther schnappst du dir irgendeinen trecker mit dem abfahrenhänger in der pharma zufällt 57 hoch server läuft noch nicht flüssig wo bin ich denn jetzt ich habe gleich irgendwo gegen gewandt hat sich schon kommen jetzt gleich eigenermaßen fahrt geht doch und günther alles gut bei dir meist musst du gleich in das zielo rein da wo schon mal drin ist ja das ist und Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss das Teil absetzen. Vielen Dank. Das ist das Front-Teil da, ey. Gerade. Das nervt mich gerade. Weißt du? Komm, habe ich da jetzt verloren? Ja, geht doch. Wie schnell fährst du? Normalerweise sollte er 10 fahren, aber ich fahr nur 7. Okay. 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 ... 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